Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ihr habt alle schon Dinosaurier gegessen, stimmt's? Wollen wir wetten? Die berühmten großen Dinosaurier, die einst die Erde beherrschten, lebten im Mesozoikum, dem Erdmittelalter. Nach einer weitgehend anerkannten Hypothese fand ihre Herrschaft vor 65 Millionen Jahren ein jähes Ende, als sich nach einem Meteoriteneinschlag der Himmel verfinsterte. Bei diesem Ereignis starben viele andere Lebewesen aus, darunter die Ammoniten. Die toten Dinosaurier sind teilweise noch als Erdöl erhalten. Es gibt ja Menschen, die Erdöl essen, etwa in Form synthetischer Vitamin B12-Präparate. Allerdings stammt der größte Teil des Erdöls von Pflanzen. Dinosaurier und andere Tiere spielen nur eine untergeordnete Rolle. Ich nehme an, ihr esst so ein Zeug nicht, sondern ernährt euch natürlicher. Ja, ihr alle habt, ebenso wie ich, schon Dinosaurier gegessen. Da mache ich jede Wette. Hier seht ihr Gemüsesuppe mit authentischem Dinosaurierfleisch. Ich gebe euch unten einen Link zu einer Seite, wo verschiedene Nutztiere dem Alphabet nach zusammengestellt sind, denen jeweils eine Seite gewidmet ist. Dort könnt ihr das Wort Dinosaurier anklicken, um mehr zu erfahren. Und dann wünsche ich euch allen einen guten Appetit beim Verspeisen von Dinosauriern. udios. bearing